Und damit hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren LP hier auf dem Channel. Der hier ist Gronkh und wir spielen heute ein neues Horrorspiel. Es nennt sich Monstrum. Und ich habe ehrlich gesagt, also ich weiß grob worum es geht, aber ich weiß noch nicht genau, worauf wir uns hier einlassen. Ich habe nur die Trailer gesehen, ich fand es sehr lustig. Aber auf jeden Fall, wir müssen die Schlüssel finden. Wat? Das war nicht unsere Schritte. Pumpenequipment, was? Ciao. Ciao sind, ich bin draußen. Oh, Junge. Oh, Junge. Penner. Nein, nicht Penner. Was? Ich habe es mir überlegt mit dem Penner. Ciao. Was ist das denn? Was war das denn für ein Klumpatsch? Was ist es? Ich hoffe, der findet uns hier nicht. Und, ähm, ich muss auf jeden Fall eine Nachtschicht einlagen. HAAH! Ja, das... Wie lange habe ich aus? Zehn Minuten. Geil, zehn Minuten. Äh, wow. Jetzt weiß ich, warum das Spiel Monstrum heißt. Es war... ...affrischend. Scheiße. Das war sehr unauffällig. Der einzige geschlossene Schrank im Raum. Scheiße. Alter, ist das fies. Ich glaube, es kommt näher. Jetzt... ...geht es weg. Oh, das läuft ab und zu. Alter, was für ein Aschmonster. Ach, Alter, ich hasse das Spiel jetzt schon. Prost! Prost! Nein, nein. Ich bin nicht da. Ich bin nicht hier drin. Ich bin nicht hier drin. Geh weg! Alter, ich hasse das. Schnauze, Prost! 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 Oh, Mann! Oh, Mann! Oh, Alter! Aber das Schiff war auch viel zu klein. Das war grad ein ganz kleines Schiff. Das war so ne... ...so ne Bumsfregatte da, damit man so nah beieinander ist, dass... Ne... Ach, Mann! Du doofes Mistvieh! Ich will doch... Ich will doch... Ich will doch jetzt... Ich will das doch jetzt auch schaffen. Ich will doch jetzt auch zeigen... Ja... Hey... Boah, Alter... Ich... Äh... Ich uriniere grad Adrenalin. Das ist U-Drenalin. Alter... Und es ist... Aufs... ... Oh, 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 oh. Alter! Jaja, durchaus, durchaus! Hier, ein Tic-Tac! Wie kann der uns nicht gesehen haben? Wie kann der uns grad nicht gesehen haben? Weil wir uns ducken die ganze Zeit? Und warum ist sein rechter Arm so dick? Ich verstehe! Wenn man den ganzen Tag alleine an Bord ist, hat man ja nichts zu tun! Jaaaa, klar! Aber das war ich nicht! Geh doch in eine andere Richtung! Oh, jetzt hält er den Arsch hier rein! Das macht der extra, dieser Schäbige! Ich konnte den Becher nicht werfen! Ich wollte gerade den Becher werfen! Weißt du was? Das wird mir jetzt so blöd! Ich hau hier mal ab! Auch wenn das die Brücke ist! Das wird mir zu blöd! Das wird mir zu blöd! Das wird mir zu blöd! Hup! Och, Alter, ey, das darf doch nicht wahr sein! Lass mich nur klopfen, Mann! Ich will doch nur... Ich will doch nur vom Schiff runter! Waaah, warum? Das darf doch nicht wahr sein! Waa, 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 waa! Ich hoffe, er hat uns nicht gesehen. Wir ducken uns ja immerhin, da sind wir ja fast unsichtbar. Und wir sind wieder hier, wir kommen ja einfach nicht mehr weg. Stinker, Arschloch! Nein, 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 das war er! Das mach ich nicht, Alter, geh mal weg! Nein! Was? Was? Baseltorf! Heilige Scheiße! Boah! Der hat uns rausgezogen! Der hat uns einfach rausgezogen! Das darf der doch nicht! Ach, das ist hier einfach das Hauptdeck! Ciao! Bitte sei doof! Bitte sei doof, bitte finde uns nicht! Du hast genau gesehen, wie wir reingegangen sind, aber bitte sei doof! Oh Gott! Lass das! Ich seh's mal noch! Das Hauptdeck ist wirklich sehr klein! Scheiße! Der geht auch nicht mehr weg! Jaja, ich weiß doch! Ich hoffe, der zieht uns nicht wieder raus! Geh! Lass mich! Ich hab eine Tasse! Hab ich sonst irgendwas, was ich... Ich hab sogar drei Tassen! Ich fürchte, ich muss da jetzt raus! Ich fürchte, ich muss da jetzt raus! Tschauuuu! Der weiß jetzt immer, wo wir sind, oder was? Hat er unsere Fährte aufgenommen? Das Problem ist... Ich hab... Ich bin gleich außer Puste! Ich kann nicht mehr lange laufen! Hauptsache die Tasse immer schön in der Hand! Earl Grey, heiß! Boah, fuck it, ey! Die Musik hört nicht mehr auf! Der Typ haut nicht mehr ab! Wir sind voll am Arsch! Oh! Oh! Der Helikopter! Der hört sich sehr nah an! Der hat manchmal ein sehr nah Gerät! Scheiße, das darf doch nicht wahr sein! Wie der auch nicht mehr abhaut! Und... Ja! Gott sei Dank! Gott sei Dank! Alter, ey! Ich dreh am Rad! Some Fuse Boxes scattered around! Escape Route Sub! Es gibt also mehrere Sachen, die man... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Nein! Sackkasse! Das war schlecht! Wian Cup, ... ... ... ... ... ... Alter, ey! Das gibts doch nicht! Ich wollte grad die Sicherung beim U-Boot reinmachen... ... und dann dachte ich mir... ...drückst du mal auf zwei Knöpfchen, dann bist du hier raus... ... und dann kommt der Gefadder hier wieder rein? Alter, ich will nicht mehr! Ich will ... ... ich hab keinen Bock mehr! Das... ... macht mich traurig! Oh lass mich mit dem Spiel in Ruhe bitte! Ich brauche erstmal einen Klosterfrau-Melissengeist gerade. Ernsthaft. Monstrum. Äh. Aha, macht gut. Nein, hier, nimm ne Flasche. Oh, nimm ne Flasche, nimm ne Flasche. Nimm ne Flasche. Oh, ich guck erstmal ins Buch. Mal gucken, was das Buch dazu sagt. Ah ja, mhm, Chekhov und Wilson. Stör mich bitte nicht, ich lese gerade. Was steht denn da? Chekhov und Wilson. Jetzt hat der gut geklappt, wir schleichen nur. Das ist sehr angenehm. Das ist erstmal, dass ich hier was finde, was man mitnehmen kann. Und das Gute ist, wir können jetzt... Wes? 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 Es ist da unten. Es hat uns gerade da unten gesehen, aber... Jetzt sind wir in der Sackkasse, wir kommen hier gar nicht mehr raus. Nein! Ihh! Was ist das denn? Ich glaube, wir hätten gerade noch rennen können. Das ist irgendwas langgliedriges, wo das Gesicht aufklappt, um uns zu verdauen. Äh... Monstrum! Höh! Nein! Hü! Häh, NMore! Häh... Rinnnnn 반�kl, Rinn! Rinnnn 반�kl! Rinnnn 반�kl, Rinn глубín, Ja, rinnnnund. Oh, Alter. Paraaaaaaaa Haa! Na 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 na. Gehts denn hier nirgends rein? Wie komm ich denn hier wieder weg eigentlich? Boah jetzt erst mal ein Ayurveda-Bad. Er da rüber, ich so hier rüber, er so sieht mich nicht, hoff ich. Ich so hier rein, er so mir hinterher, ich so voll den Leuchtstab, er so mir egal, ich so Treppe runter, ich so hier abbiegen, ich so Feuerlöscher mitnehmen. Alter... Nein, was? Nein, was? Wegen dem beschissenen Ventil? Nein, ich hasse diese verkackten Ventile, die sind so überflüssig und wie ein Kropf, die sind so ätzend. Wir hatten grad fürs U-Boot die Dinger, wir hatten das Schweißgerät, wir hatten sogar ne Pumpe. Ich weiß gar nicht, ob wir es jetzt geschafft hätten. Aber wegen so einem beschissenen Ventil... Och ne, wie frustrierend. Och ne! OOOOOO Monstrum Mach ich gar nicht mehr leidend, das Spiel. Blödes Kackassi-Kackspiel Diese Ventile, wie er sich da die Augen zuhält. So, oh nein, Blinded by the Light Ja, keine Ahnung Ich weiß noch nicht, ob ich es weiterspiele. Schau wir mal, jetzt haben wir mal wieder zwei Folgen, ist ja... Ist ja ein Traum. Also es ist ein sehr kurzlebiges Spiel und sehr frustrierend, sehr frustrierend. Mal schauen, schauen wir mal. Wahrscheinlich nicht unbedingt morgen. Schauen wir mal. Wo ist das frustrierend? Ciao. Arschlochspiel.